Das ist RoboKino und heute geht es natürlich mit dem hier weiter. Wir sind jetzt bei der sechsten Folge angelangt, das heißt es sind nur noch zwei übrig nach dieser, eigentlich eine ziemlich traurige Geschichte. Es geht um einen Mandalorianer natürlich und hier, ich blende den Spoiler ein, weil es macht keinen Sinn mehr. Wer jetzt so weit weiter geguckt hat, ich kann diese Folgen jetzt nicht mehr reviewen ohne einen Spoiler und deshalb voll Gas. Den Djarin ist auf dem Weg zum Planeten Typhon. Dort soll es alte Tempelruinen geben mit einem speziellen sehenden Stein auf dem höchsten Berg. Dort kann man machtintensive Personen draufsetzen, die dann irgendwie so ein Machtleuchtfeuer abgeben, damit sie von Jedis zum Beispiel aufgespürt werden können. Gut, das ist Djarins Aufgabe. Aber der kommt da hin und setzt den Kleinen da drauf und es passiert halt auch tatsächlich was. Dann sieht man am Himmel aber etwas, das wird jeden Star Wars Fan absolut Gänsehaut bereiten. Nämlich, ja wahrscheinlich das geilste Schiff überhaupt. Die Slave One. Boba Fett ist an Bord zusammen mit Fennec, der Scharfschützin, die man für tot geglaubt hatte, kam ja in der ersten Staffel schon vor. Und da gab es am Ende dieser Folge in der ersten Staffel diesen Gang, diese Person, wo man nur die Stiefel gesehen hat. Und da hatten damals schon die Leute gesagt, das ist Boba Fetts Sound. Und natürlich, er hat sie ja wieder gesund gemacht, hat sie jetzt dabei. Und was er möchte, ist ganz klar, er will seine Rüstung wieder haben. Und ja, das Problem ist, es gibt einen Peilsender an der Razorcrest. Das Imperium kommt, will das Kind haben und dann geht einfach nur barbarische Action los. Und tatsächlich eine Action mit einer Härte, wie man sie nicht so oft bei Star Wars erlebt. Ich glaube, bei Rogue One war es da schon recht hart. Aber hier, dann ging es richtig rund. Also da zersplitterten richtig die Stormtrooper Helme. Und ja, diese drei, Fennec, Boba Fett und den Jarin, versuchten dann, das Imperium abzuhalten. Dann gab es noch einen ikonischen Auftritt. Ey, die sind, in jeder Folge gibt es einen Hammer. Nicht nur für die Fans der alten Trilogie, auch die Fans der, ja, einfach der alten Zeit, der Legends. Denn es kamen die Dark Trooper. Die Dark Trooper kamen, also ich habe sie das erste Mal wahrgenommen in dem Videospiel Dark Forces, damals für den PC. Wenn es die dann nochmal oder vorher woanders gab, bitte schreibt es in die Kommentare. Also dort sind sie mir das erste Mal untergekommen. Die Dark Trooper, die sind eben auch noch aufgetaucht. Und man erlebt Boba Fett mit seiner Rüstung und sieht, wie der Typ kämpft. Leute, also ich kann über diese Folge, weiß ich nicht, also ich habe sie jetzt erst sehr frisch gesehen. Und das ist dann halt auch wieder das Problem, dass man da in so eine, ja, in so eine Euphorie verfällt. Ich muss halt schon sagen, vielleicht hätte man doch noch eine Folge mehr machen sollen, denn er fliegt nach Tython und hat halt direkt diesen sehenden Stein. Und das ist der sehende Stein. Also ich glaube, dafür hätte vielleicht noch eine Folge gut getan, wo er auf diesem Planet unterwegs ist, wo man eben Jedi-Tempel sieht, wo er vielleicht ein bisschen mehr drüber lernt. Hätte ich ganz cool gefunden. Und am Ende hätte man dann den sehenden Stein gesehen und dann als Cliffhanger zur nächsten Folge die Slave 1 am Himmel. Ich glaube, das ist das Einzige, was ich jetzt anmerken kann. Wie gesagt, die Action war Hammer, die Emotionen, die da drin waren, diese Bindung. Und weil man jetzt halt weiß, dass Din Djarin ganz extrem wichtig für Grogu ist und vor allem auch für die Zukunft des Kleinen wichtig sein wird, dass ihre Schicksale halt einfach mittlerweile schon so eng miteinander verbunden sind. Es war riesig und ich bin, ich bin wirklich so gespannt, wie es weitergeht. Ich habe zuletzt gehört, dass der Mandalorianer auf vier Staffeln wohl ausgelegt ist. Wird man mal schauen. Ja, Hammer. Mich würde es interessieren, was ihr über diese Folge denkt. Ist es zu viel? Ist es zu wenig? Hättet ihr dann doch vielleicht ein bisschen mehr gebaut? Diese Folge war auch recht kurz. War vielleicht sogar die kürzeste bisher. Also knapp über 30 Minuten ist er. Ich glaube, 33 Minuten wird angezeigt. Aber es ist deutlich weniger, denn der Abspann geht recht lang. Also ich glaube, es war schon die mit Abstand kürzeste Folge. Gut, dann würde ich sagen, das war es für diese Review. Wir treffen uns in den Kommentaren. Haut rein und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. 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 Tschüss.